Die von Erdogan oder von Trump Sätze sagen, die die Zeit, wo wir uns auf andere verlassen können, ist ein Stück vorbei. Das ist ein Satz von Angela Merkel, da hat sie viel Beifall bekommen zu diesem Satz. Die Zeit, wo wir uns auf andere verlassen können, ist ein Stück vorbei. Ich lasse diesen Satz immer auf mich wirken und frag mal, was heißt das eigentlich? Die Zeit, wo wir uns auf andere verlassen können, ist ein Stück vorbei. Wer sind eigentlich die anderen? Und wie groß ist das Stück? So oder ein bisschen größer? Man geht es noch ein bisschen unkonkret an. Das hört sich so toll an und sagt nichts. Diese Weltmeisterschaft des Ungefährten. Ich finde einen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika bei allem Respekt vor dem Amt des Präsidenten dieser großen Nation, der sich weigert, sich von einer mit Hakenkreuzflaggen ausgerüsteten Meute von Rassisten, Rassisten, angeführt von einem Kuckucksklanführer, die mit einem Auto in der Menschenmenge rast, um eine Demonstrantin zu töten. Gerade ein deutscher Kanzler, wenn ich diese Hakenkreuz ausgerüsteten Rassisten sehe, ein Präsident der USA, der sich weigert, sich von denen zu distanzieren, dem muss man meiner Meinung nach in klaren deutschen Hauptsätzen was sagen, nämlich Ihre Politik, Herr Präsident Trump, wer niemals die Politik der Bundesrepublik Deutschland wird. Das kann man Ihnen doch sagen.